Das sind sie, definitiv, die letzten Termine von meinem sechsten Solo-Programm namens Zero. Wir haben noch einmal zwei dazugekriegt, ich habe es lange angekündigt, wir haben sie jetzt effektiv gefixt. 27. Januar im Zermatt, im Cervo, sensationell, und am 4.4.25, natürlich, im Kulturraum Hermitage in Beckerried. Somit sind jetzt alle Termine, die ihr seht, falls ihr das auf YouTube schaut, oder die ihr seht, falls ihr das jetzt hört und auf den Link klickt, was ihr machen solltet, das sind wirklich die letzten Termine von diesem Solo-Programm. Tolle Support-Acts dabei, Leila Ladari, Benjamin Delay, Matteo Gutenrath, und je nachdem vielleicht auch noch die ein oder andere Überraschung. Ein paar Highlights sind natürlich sicher Arosa Humor Festival, dass ich nochmals in Basel bin, die grosse Derniere in Liestel und so weiter und so fort. Also schaut die Daten an, wenn ihr wollt, dann könnt ihr ein richtig geiles Programm sehen und mich in der absurdesten Jacke aller Zeiten. Also kommt! Ganz ein kurzer Hinweis, bevor es jetzt wirklich gerade losgut mit der Folge. Diese Folge hat sehr, sehr organisch angefangen. Wir sind oft am Labern und irgendwann merken wir, dass wir schon lange am Aufnahmen sind. Das heisst aber, Johnny's Mikrofon ist für knapp eineinhalb Minuten noch nie angesehen. Wir haben das jetzt im Schnitt einigermassen schon ein bisschen beheben können, dass man ihn hoffentlich trotzdem immer gehört. Ich habe es trotzdem schnell sagen wollte, damit ihr nicht meint, die ganze Folge ist es so und dann schaltet ihr nachher eine halbe Minute ab. Weil nachher ist alles wie immer. So, ganz viel Spass mit dieser Folge. Wie heisst du nochmal? Levin. Sehr gut. Ich bin so schlecht mit Namen. Hey, ich glaube dir das nicht. Ich habe das im Falle jetzt auch 30 Jahre lang gesagt, aber ich habe eigentlich jeden Tag mit 40 Leuten zu tun. Das ist so. Ja, aber eben, und dann musst du sagen, du bist schlecht mit Namen. Und von denen weisst du 20, aber es sind jeden Tag 20 andere. Ja, okay. Aber weisst du, was mein Problem ist? Ich vergesse ihn schon nach zwei Sekunden. Ja. Weil ich so konzentriert bei meinen eigenen Namen sage. Kennst du das? Weisst du wirklich so? Ich losse manchmal nicht mal an. Eben. Ja, ich bin so. Aber ich sehe dich jetzt einmal, oder muss ich nicht. Ich muss es halt irgendwann, wo sie es aufgeschrieben haben. Ja. Um dann am Schluss Danke sagen zu können. Das ist auch ein Lifter. Ja. Das ist mega wichtig. Ich habe herausgefunden, vor allem die Namen der Anhängs, also die Partnerin und Partnerin. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja. Weil du alle kennst den Reiner Marius im Fernsehen. Ja, ja, ja. Das heisst, dass er eine tolle Frau hat. Und alle sagen, oh, wieso habe ich mich auch übergesst? Das ist so schlimm. So schön. Ja. Er freut sich mich. Absolut. Absolut. Ja. Ich bin mal am Essen gesehen in einem Restaurant. Und dann hat es auch so die klassische Situation, Bedienung Kunde. Und man ist öfters schon in einem Restaurant gesehen. Und dann sagt der eine, die so nebendran sagt, sag doch mal, wie heisst sie? Und zwar sind es zwei Möglichkeiten gesehen. Sibyl oder Isabel. Und dann sagt die nebendran sagt, das ist Sibyl. Und er so, hey, Sibyl. Und so, nein, ich bin Isabel. Ah, scheisse. Sibyl ist letzte Woche die Stegen herabgekehrt. Ah, nein. Und ich viel zu laut gelacht. Ja. Und nachher hast du gemerkt, nein, das ist eine recht schlimme Geschichte. Weisst du, immer noch mit dem Spital und so. Nein. Ah, nicht so. Aber mega schöne Geschichte. Ist ja blöd. Ist ja scheisse. Ist ja bei dir geschissenen Geschichten. Und dann sagst du, oh, hast du dich verletzt? Ja, ich bin zu Stegen. Der Klassiker. Scheisse. Okay. Nein, darum. Also, aber deinen Namen weiss ich. Ja, das ist gut. Ja. Und es freut mich sehr, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Wir haben es schon lange nicht mehr gesehen. Richtig. Wir haben irgendwie da bei diesem Podcast etwa 150 Folgen gemacht. Krass. Seit du das letzte Mal da gewesen bist. Ach, krass. Also, wegen der Folge. Genau. Das hat uns noch mal ein bisschen hergehabt. Das ist schon mal. Nein, also 150 ist sehr viel. Jetzt sind wir bei 183 oder irgendwas. Scheisse. Ja. Und darum, schön bist du wieder mal da. Sieben sind ich. Also, ja, schön darf ich wieder da sein. Natürlich. Ja. Jederzeit gerne. Und das Konzept hat sich ja ein bisschen verändert, seit du das letzte Mal da bist. Natürlich habe ich jede Folge gehört. Darum gebe ich mal so ganz kurz ein kleines Head-up, oder? Nein, ist super. Aber das ist gut, ja. Darum fühlen wir doch mal auch mit deinem ersten Feelgut. Ja, es ist noch... Ich finde es noch schwierig, also... Hast du nicht so viel? Doch, aber weisst du, ich glaube, es sind ja bei allen Menschen ein bisschen die Ähnlichen, oder stimmt das nicht? Überhaupt nicht. Nein! Nein, nein, das ist wirklich lustig. Es ist... Klar, man kann es... So allgemein gibt es so die, wo die Leute auch sagen, auf dem Papier ist es sicher Bewegung, Freundschaft... Aber nein, sag es jetzt nicht. Das sind ja meine Fünf. Nein, also... Aber nein, das Erste ist bei mir... Es ist ja klar, ich nehme an, bei dir auch ist Lachen. Und das ist ein scheissgrosser Begriff. Aber ich finde das uhurwichtig. Aber siehst du, so hat es noch niemand gesagt. Lachen hat noch niemand gesagt. Ah? Sondern irgendwie, jemand hat gesagt, ja, weisst du, das Gefühl, wenn man einen neuen Witz hat, das dann auf der Bühne und das gibt es erst einmal. Sondern, aha... Auch selber lachen. Nein, aber ich finde selber lachen. Also weisst du, andere, ich mache es... Ich sage einen Witz, dann bin ich ja angespannt daran oder nicht. Aber selber lachen. Und ich weiss nicht, das hast du aber auch ein bisschen in deinem Leben. Also, so wie ich dich kenne. Manchmal lache ich auch, obwohl es gar nicht so lustig ist. Ach, weisst du? Ich bin einfach glücklich. Und dann denke ich, jetzt bin ich glücklich. Und alle denken, das ist mit dir nicht gut. Aber ich denke, mir selber tut es sehr gut. Absolut. Und ich wünschte mir mehr so Menschen. Und vor allem, also wenn du sagst, es ist nicht einmal so lustig, irgendetwas ist ja trotzdem lustig für dich in dem Kopf. Genau, aber das ist jetzt ein bisschen, du kannst es nicht erklären. Nein, nein. Das finde ich die schlimmste Frage, wenn jemand fragt, ab was hast du das letzte Mal so richtig gelacht? Ach, nein. Das kannst du nicht erklären. Nein. Ich hatte mal Swiss Compte Awards. Ich habe es wirklich probiert, es erklärt. Und im Moment habe ich gemerkt, das bringt überhaupt nichts. Nein. Also ich habe ein Video gesehen, wo bei Höhlen der Löwen jemand eine Produktpräsentation gemacht hat über irgendwie Gemüse. Und die, die das erzählt haben, hat dann so demonstrativen Gurken abgebissen. Und in diesem Moment habe ich es so lustig gefühlt. Nein, das kannst du nicht. Aber dann versennst du das so. Und dann denkst du so. Ach, scheisse, was dachte ich, du bist schon krank. Genau, und dann habe ich umso länger irgendeinen Scheiss gelaufen, damit es auf die Uhr nicht gesendet wird. Weißt du? Ja, ist es schon nachher. Aber darum, man kann es nie erklären. Es ist wirklich, du siehst etwas im Hintergrund, wo irgendwie schnell so eine Nerf trifft. Oder es reicht ein Geräusch oder so. Genau, genau. Aber eben, ich glaube, das ist bei jedem Menschen anders. Mir fällt einfach oft auf, dass die Leute das gar nicht rauslönen. Und das finde ich mega schade. Weißt du, wenn du denkst, hey, jetzt würdest du eine gute Stimmung machen. Und auch im Bus, ich liebe dir ein Video. Weißt du, wenn du im Bus, du hörst etwas. Im Bus, ja. Nein, das ist doch geil. Ja. Und dann fängt die Jäher anerst an sich auf dem Umdrehen, weil du am Lachen bist. Das ist doch schön. Es passiert, weißt du, es hat noch nie jemanden gegeben, der auf dich böse ist, weil du lachst. Nein. Also doch, einmal in Südafrika, sogar Südafrika, weißt du, ich bin immer ein bisschen laut. Ja. Ich bin bekannt, ich werde viel, in den Schweizer Restaurants werde ich immer bschtet. Kennst du das? Also weißt du, ich erzähle etwas und dann geht es nicht. Und ich dachte, fuck, ich bin im Restaurant. Wir hätten doch einen lustigen Abend. Eben fremd? Ja, natürlich. Wirklich? Ja, hast du es nie gehabt? Ich muss überlegen. Sicher auch schon. Aber vielleicht sind wir in einem anderen Restaurant. Ja, das war jetzt nicht im braunen Mutz. Nein. Und in Südafrika ist mir das auch mal passiert. Und ich bin nicht einmal, wenn ich angetrunken bin, dann schätze ich auch noch laut. Ja, ja, ja. Aber es ist nicht einmal so gewesen, sondern ich habe einfach wegen allen müssen lachen. Ich bin ein bisschen slap happy gewesen und es ist so eine absurde Situation gewesen. Hey, und dann ist wirklich der Kellner gekommen und hat gesagt, da gibt es einen Tisch, wo finden sie lachen zu laut. Ich dachte, hey, das kann jetzt aber gar nicht sein. Jetzt fällt es mir ein. Jetzt fällt es mir ein. Ich hatte das, Achtung, in London mit einem komischen Kollegen und einer komischen Kollegin und einer Kollegen von mir. Wir sind zu viert gewesen und jetzt, Achtung, in einem Diner, wo du irgendwie Lasagne für sechs Pfund essen kannst. So, also wirklich. Geil. Mega geil. Und dort haben wir es so lustig gehabt, dass dann auch der Kellner gekommen ist und gesagt hat, du musst jetzt bitte still sein. Vielleicht hast du. Und der Kollege hat gesagt, oh sorry, too much fun. Ja. Das geht nicht, oder? Nein, das geht gar nicht. In einem Diner, der irgendwie arschgünstige Preise hat, darfst du nicht zu viel Spass haben. So scheiße. Nein, aber das ist für mich unverständlich. Das ist für mich etwas unverständlich. Einem Zug, das ist doch schön, wenn die Leute lachen. Natürlich. Sie haben es lustig zusammen. Ja. Ja. Das ist ein bisschen schade. Aber ich habe eine sehr laute Lache. Es gab Leute früher, ich bin schon lange nicht mehr, die nicht mit mir ins Kino gekommen sind. Weißt du, weil in der Pause stehen alle auf und gefragt, wer ist es? Ah, wirklich? Ja. Ich muss wirklich sehr laut lachen. Aber es gibt doch nichts Geiles als ein Kino, wo hoffentlich gerne gut besucht ist und man schaut eben irgendeine Komödie oder so. Ja. Das ist ein völlig anderer Film. Ja, es ist eben meistens keine Komödie. Ja, gut. Nein, aber weißt du, es gibt doch auch sonst absurde Situationen. Und ich weiss, französische oder schwedische Filme, wo einfach irgendetwas absurd ist. Aber das sind doch auch Komödie. Ja, schon. Aber weißt du, es ist halt für uns nicht das amerikanische, jetzt musst du lachen. Richtig, aber das ist zum Beispiel, wie hat das geheißen, In Bruges. Kennst du das? Nein. Brücken sehen und sterben mit Colin Farrell, Ralph Fiennes und so weiter. Also es ist so richtig, richtig britische, schwarze Komödie, oder? Und dann habe ich in London mit einem Kollegen geschaut. Es ist ein kleiner Hunderter-Saal und wir sind verreckt von Lachen. Ja, ist doch geil. Und dann hat er gesagt, es sei genau gleich Film, sei er zwei Wochen später noch in Basel im Kultkino. Ja, ja, ja. Schauen wir mal. Totenstelle. Ach, Katastrophe. Mega schlimm. Und das meine ich eben, so eine französische, schwedische, was weiß ich, zum Beispiel Östlund-Filme sind zum Schreien lustig. Mega, finde ich auch. Und das Schlimmste ist, auch jetzt hänge ich mich ein bisschen blöd raus. Aber was mir immer wieder auffällt, zum Beispiel in Burbaki, in Lusette ist höchstlich ähnlich, dort laufen da so diese kleinen Filme und die haben da so ein bisschen, weisst du, so Gay-Community und da gibt es so einen schwulen Film, fuck, ich weiss nicht mehr, wie der heisst, wo alles mega übertrieben ist. Grinded Dates, so völlig übertrieben. Aber alle Abfolgen sind so, so wie es jeder kennt. Hey, ich habe gebrüllt und dort auch. Die Leute verdrehen die Augen rundherum, nicht wegen meinem Lachen. Sondern, dass man das jetzt sieht. Und ich dachte, hey, fuck, das ist lustig, mich kann nicht so, das ist übertrieben. Also ich finde, das ist halt völlig mein Humor. Ich möchte etwas, was ich kenne, es ist aus meinem Leben, es wird mir die Spiegel vorgehalten. Ein bisschen übertrieben. Ich erlebe es gerade so krass. Und dann hat mich verrupft und eben, dann sind die Leute dann ein bisschen pikiert. Das geht also gar nicht. Ja, finde ich mega komisch. Du bist immer eben, das Geile, das Saal ist voll. Die Leute wissen, was sie erwarten, sie lachen. Und wir haben zusammen lustig, ja, lustig, ja, sind ja. Aber, äh, was sind denn Situationen, wo du eben nicht lachen sollst? Ich finde, es gibt fast keine, ehrlich gesagt. Das finde ich wirklich. Also, klar, weisst du, es gibt jetzt so Beerdigung und so. Aber dort passiert es doch immer. Ja, aber weisst du, es gibt ja auch dort Sachen, wo ich finde, es ist jetzt gut, dass es jetzt eine Wohltat, dass etwas passiert. Es muss. Ja. Es muss irgendwie. Also, und wenn etwas passiert, bitte lachen, weil sonst gibt es so einen komischen Druck. Genau. Und ich finde eben auch, äh, 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 falschen Humor kann wie ein, äh, so ein Elefant im Raum, wo man nicht anspricht. Ja. Weisst du, was ich meine? Ja. Ja. Hey, eigentlich müssen wir jetzt alle lachen. Ja. Äh, und ich weiss, weiss, es kann mir ja auch passieren, dass ich merke, hey, Jungs, ich muss etwas ganz wichtig sagen und so, und bitte, hört sie zu, und sie sind ruhig und so. Und dann stolpere ich. Ja. Das ist doch der Moment, wo jetzt die Leute nicht wissen, uh, wird das jetzt hässig oder nicht. Ja, nein. Ich stolpere, das ist ja mega lustig, wir können ja auch wieder aufhören lachen. Und in diesen Momenten muss ich immer lachen, kann ich mich nicht zurückheben. Aber das ist ja, glaube ich, auch, äh, meiner Meinung nach ist, dass der effektive, äh, Heil-Moment ist in schwierigen Situationen, was auch immer es ist. Ja, das habe ich auch. Äh, wenn dort in irgendeiner Art und Weise eine Erleichterung kommt, dann ist es einfach, das ist ein Coping-Mechanismus, oder? Ich finde das ab, ich habe keine Ahnung, was für ein Mechanismus du sprichst, aber. Äh, wie nicht mehr, um damit umgehen zu können. Aha, ja. Das ist ein Mechanismus, um damit umgehen zu können, mit was auch immer die tragische oder schlimme Situation gerade ist. Ja, genau. Ich finde das auch, ich weiss nicht, ob es allen Leuten gleich geht. Also weisst du, mein Pass hat das manchmal, hey, fuck, du kannst doch nicht in dieser Sitzung hier. Ja. Es geht nicht. Aber ich finde es auch lustig, weisst du, wenn zum Beispiel, äh, irgendwie, wir sind neu irgendwo investiert. Ja. Und, äh, die haben dann an ihrem Tisch ein Video gemacht, äh, wir freuen uns mega, danke, sind ihr jetzt dabei, jetzt sind wir eine grosse Familie und so. Und ich dachte, ja, komm, wo bin ich, bin ich jetzt gerade am Duschen. Ja, das ist doch auch lustig. Aber weisst du, und das mache ich so gerne. Und ich dachte, jetzt kann man doch nicht so. Und mir ist jetzt gerade, ich hoffe, dass sie lachen dort. Und ich dachte, das ist ein guter Sieg, das ist doch dem Wurscht. Ja. Weil ich würde nur sagen, ja, wir sind so eine Familie. Eben. Jetzt kann man zusammen duschen, oder? Das ist doch lustig. Ähm, ich weiss nicht, das habe ich gleich gesagt. Aber ich hoffe, ich weiss es nicht, dass dort gelachen worden ist, dass man denkt, hey, komm, es ist nicht alles so todernst. Also, weisst du, man kann jetzt, ja. Haben Sie schon unterschrieben gehabt? Nein, machen nicht. Weg, raus. Fertig. Nein, aber ich hoffe, also oft erlebe ich das, wie das Gegenteil passiert. Oder dass Leute sagen, hey, ich bin so froh, bist du anders. Ja. Natürlich. Aber das denke ich auch so oft irgendwie, wenn du irgendwie, weisst du auch nicht, mit jemandem telefonierst, wo du nicht kennst, bis zu diesem Zeitpunkt, ist doch so viel einfacher, wenn man irgendwie kann reden wie du und ich. Ja. Oder? Und nicht so als, guten Tag, ich habe vernommen. Ja, und eben die normalen Abfolge. Ja, ja. Machst du auch die Erfahrung? Ich finde, dass das in der Schweiz extremer ist als im Ausland. Also, ich meine, es ist mehr mit dem Steifen. Ah, mega. Mega. Also. Ich habe kürzlich im Witz, habe ich meinem Kollegen das Telefon aufgehängt. Das ist auch lustig. Weil er gefunden hat, ich könne ja nur Pasta kochen. Und da habe ich mich natürlich sehr beleidigt gefühlt, da habe ich einfach aufgehängt. Super. Und dann erzähle ich das irgendwie zwei anderen, die ihn kennen. Und die sind so, oh, ist alles okay bei euch? Ah, nein. Weisst du? Es ist ein Witz gewesen. Er hat vier Stunden später wegen etwas völlig anderem geschrieben und ich glaube, es ist kein Problem. Ja. Aber, schon nur, weil du es dann erzählt hast und die Leute dich fragen, denkst du so, nein, shit, ist es ein Problem. Ja. Nein, ich glaube es nicht. Nein, aber da musst du doch können, eben, ich weiss es auch nicht. Ich finde, dass einfach im Ausland kann ich das, also ich kann es viel besser. In der Schweiz habe ich immer das Gefühl, oh, jetzt bin ich mir zu nahe zu treten. Ja. Aber ich will ja nicht, ich will nur lustig sein. Ja, ja. Das darf man glaube ich nicht, ich bin nicht sicher mehr, dass das darf. Ah, das Schlimme ist, wir verfolgen das dann auch für Wochen, gell? Ja, ich bin dann verunsichert. Ja, da bist du irgendwann, bist du irgendwann genommen und dann fällt dir das wieder rein und dann denkst du so, oh, was ist das? Ja. Nein, ich habe immer das Gefühl, weisst du, ich habe den armen Schweizerinnen und Schweizer etwas kaputt gemacht. Ja, genau. Und du denkst, nein, eigentlich habe ich nur etwas gemacht, was man nicht darf. Und das ist, also nicht darf in unserem Engerdenken, ja. Also das sind zwei Faktoren. Es ist einerseits einfach grundsätzlich gerne lachen, eben auch so ein bisschen zum Sachen bewältigen. Ja. Ich lache eben auch sehr gerne, also gerne ist das falsche Wort, aber es passiert einfach, beschreckliche Sachen. Und ich sage nicht, dass es Schadenfreude ist, sondern ich habe das Gefühl, es ist Empathie und darum lache ich. Das ist eben meine Version davon, irgendwie damit umzugehen. Ja, ja, aber ich finde es auch gut, eben, wie du sagst, auch Druck abzubauen. Mega. Also, du könntest sprühen oder lachen. Genau. Aber das Lachen ist ja oft. Genau. Aber wenn es so schrecklich ist, dann muss ich einfach auch irgendwie, es kann gar nicht so schrecklich sein, darum musst du irgendwie lachen. Es ist ja so. Es gibt dann schon, eben. Du relativierst es dann durch das. Ich unterscheide, ich weiss nicht, du hast es nicht mehr, wir müssen leider, wir sind immer ein bisschen eingeschränkt. Ich unterscheide mit Bühnen und Privat. Also weisst du, weil es einfach Sachen gibt, wo, weisst du, jetzt irgendeine Flutkatastrophe oder so. Ja. Ich finde es mega schlimm, wenn du Bilder siehst und so. Ja. Ihr, im Privat, beim Nachtessen, wenn ein Glas Wasser umgeht, muss ich dann einen Bezug schaffen zu dem, um die Tragung zu lösen. Ja. Aber so etwas könntest du nie auf der Bühne machen, weil es nicht rauslaufen, oder? Nein. Der Kontext ist ja noch wichtig in dem. Ja, schon. Ja. Also weisst du, wenn du jetzt auf der Bühne nichts anderes machen würdest... Ja, ja. Also weisst du, was viele machen und ich finde das mega lustig. Ja. Weisst du, wenn du denkst, hey, jetzt ist too, too much. Ja, ja, ja. Und, also ja, es ist thematisch, unterirdisch und es ist alles too much, aber es ist halt einfach, wie klar, erstens, dass er das macht. Ja. Zweitens, ich bin freiwillig dort und drittens, nach zwei Minuten bist du auf diesem Level eingepegelt, weil er ja nichts anderes macht. Ja, ist klar, ist klar, ja. Wenn er irgendwie, weisst du auch nicht, wenn er 60 Minuten würde machen wie ich auf der Bühne und dann so einen, dann... Das geht's nicht. Ja, nein, ist klar, dann ist mega krass. Dann würde es ja komplett zusammen fallen, oder? Nein, ich weiss. Ja, nein, und das kennen wir zu gerügen, wie... Da, 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 da sind die Stände gebunden, das können wir gar nicht. Das dürfen wir gar nicht, leider. Aber das spürst du ja dann auch gerade, das ist ja dann... Ja, ja, ja. Nein, das ist Horror. Du kriegst vom ganzen Raum, kriegst du gerade so einen Oh-Oh. Ja, nein, aber weisst du, und mega harmlos, bei uns ist es ja mega harmlos und heute kommt schon ein Raunen. Aber ob das ist, weil auf welchem Level es auch immer eingestellt ist, oder? Ja, und wir haben es 25 Jahre gezogen, das geht bei uns nicht. Ja. Und dann geht es gar nicht mehr. Äh, heute bereuen wir das manchmal. Aber, ja... Du müsstest mal irgendwie Duvertimenta, oder so. Weisst du, eine Alternative? Ja. Wo einfach, wie es schon von Anfang an klar ist, das Alternativ-Duo, das richtig reinhängt. Ja, nein, wir haben einfach einmal gedacht, einmal so, wie wir eine Show schreiben. Ja. 80% fällt raus, weil das Erste, was ihm in den Sinn kommt, also mir einmal, ist entweder unter der Gürtellinie, oder Ausländer oder Schwulenfeindlich. Ja, nein, weisst du, das Erste ist das jetzt, außer was weg, wenn etwas passiert. Äh, es ist klar, also weisst du, gestern Abend zum Beispiel haben wir jemanden auf Bühne genommen, die, wir tun die Leute auf der Bühne immer, dass sie nachher die Stars vom Abend sind. Das wissen die Leute aber nicht, und wegen dem sind sie gleich nervös. Und dann sagen von Beruf, was bist du von Beruf? Und dann sagt der Verkehrsleiter, das heisst, du schaffst einen Puff. Ja. Jetzt ist das in unserem Publikum, ist das natürlich heikel, aber das ist das erste Mal, wenn es in den Sinn kommt, oder? Ist das schon too much gesehen? Ja, was schon too much, das ist doch bei uns. Nein, ich verstehe. Nein, es ist ja nur, wenn wir das Wort Gürtel ins Mund nehmen, und dann denken wir, uh, das ist jetzt auch gerade eine Grenze. Nein, wir sind ja Fan von unseren Fans, aber nein, das ist klar, wir haben sich dort hinzugehen, du kannst mit den Grosskindern kommen. Und dann geht eben, aber eben aus dem Affekt passiert so etwas, und das ist aber so ein typisches Beispiel. Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist dann so, und dann merkst du, ah, shit, ich hätte auch andere. Aber gut, ja. Aber es gibt sicher genug Formate, wo man das bringen könnte. Mhm, schon, aber jetzt eben, ich, jetzt ist es bei mir nur privat, das muss ich jetzt, ja. Ja. Und im Moment ist es auch sehr schwierig als Komiker, finde ich. Weisst du, weil eh alles, weisst du, mit Gender und allem, und jetzt Ranggruppe und so. Ach, finde ich alles nicht so. Findest du es nicht? Nein, ich, 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 ich habe das Gefühl, es ist, in einem Podcast kann man mal schnell darüber reden, aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen auch eine selber gemachte, äh, Problematik von der Comedy. Und die Menschen, die Comedy machen, tun sich viel zu viel mit dem beschäftigen, weil nach aussen interessiert es gar nicht so fest, sondern es sind halt eben immer so ein bisschen Bubbles. Ja, das stimmt. Also Bubbles stimmt. Und wenn du dann irgendeinem auftrittst, interessiert es wirklich niemals Theater, sondern das einzig Schlimme, was kann passieren, und das ist eben oft, wenn ich irgendwie englischsprachige Comedians sehe, die haben dann irgendwie 20 Minuten über das im Programm. Ja, 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 ja. Und du bist so, nirgends interessiert es. Nein, 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 das würde ich, oder das ist ja eine mega kleine Bubble, die ein Problem damit ist. Genau, genau. Das ist schon so, er macht deinen Satz fertig. Ah, sorry, noch so. Der, äh, ich glaube, ich habe es gesehen vom Jaslenick, wo der Andy Warhol zitiert, irgendwie, Kunst ist, wenn man damit wegkommt. So, und ich, ich denke immer, wenn es die Leute wirklich aufregt, dann hast du es einfach zu wenig, dann hast du zu wenig Schlau verpackt, so. Ja, ja, ja. Und das habe ich bei meinem letzten Programm gemerkt. Beim letzten habe ich mit einem Mepedo-Witz angefangen, weil ich es oft als kreatives Ziel hatte. Ich habe gefunden, ich will mit einem Mepedo-Witz anfangen. Und, ähm, was ist noch, ich weiss auch nicht mehr, was du alles gesehen hast. Auf jeden Fall sagt er nachher, mein Techniker sagt, ich finde es mega toll, dass du irgendwie genderisch, und dass du das machst, und da, 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 weil er ist eher woke, oder? Ja. Und, und da haben wir gesagt, und weisst du, was die Lustige ist? Ich mache einmal einen Brasilianer in seiner Originalstimmnuch, weisst du, was auf Papier heute heisst, das darfst du eigentlich nicht mehr machen, oder? Ich fange mit einem Mepedo-Witz an, und da habe ich irgendwie noch zwei andere Sachen drin gehabt. Ja, aber wenn es irgendwie ein bisschen, nicht nur mich jetzt selber loben, aber halt einfach, wenn du ein bisschen länger überlegst, wie kann ich das jetzt bringen, ohne dass, ohne dass in erster Sekunde schon alle sich mega darüber aufregen, oder man selber das Gefühl hat, oh, jetzt, aber ich darf das ja nicht mehr, und so sind Sachen. Ja, das stimmt, also, und ich gehöre natürlich noch zwischen den Zielen auch raus, dass du das bedeutend cleverer machst, als wir. Nein, 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 es ist alles gut. Nein, weisst du, was ich zum Beispiel mega geil finde, ist, wie heisst er von Spreitenbach? Der JK. Der JK, also, schau jetzt, der JK ist für mich ein Paradebeispiel. Ja, ja. Das ist eine perfekte Figur, weil es ist ja ein Schweizer, wo gern so war, wie seine Homies. Wo wir, genau, aber wir machen den Homies nach. Aber jetzt sagen alle, er hat den Jugo von Spreitenbach, und dann sage ich, das darf man auch, heisst Julian Kaufmann. Eben, aber das ist ja wieder ein Teil, wo man mehr rausheben muss. Ja, das stimmt, also, es freut mich sehr, dass du da etwas gefunden hast. Nein, weisst du, ich merke zum Beispiel, wenn ich jetzt heute sagen muss, ich habe eine Nummer, wo wir so eine, wo wir so eine, wo wir so eine, so eine, so eine Gespüschbefraktion sind. Ja, ja. Und da sage ich, wir haben jetzt viele neue Mitglieder, und wir haben zum Beispiel, wir haben Managerinnen, Hausmänner, und fangen auf zu erzählen. Ich habe vor drei Jahren nie gesagt, wir haben Managerinnen und Hausmänner, sondern wir haben alles. Wir haben Managerinnen und Hausfrauern, alles. Ja. Heute machen wir das, und das meine ich. Das nervt mich. Ich meine, das wird positiv noch negativ. Ja, ja, ja. Aber es klingt gleich, es klingt aufgesetzt. Es geht. Es geht. Ja. Im Idealfall geht sogar das nur lachen. Ja, bei uns nicht. Nein, bei uns verstehen sie es nicht. Wirklich? Du musst halt noch mehr rausheben, oder? Managerinnen! Ja, ja, ja. Hausmänner! Nein. Nein, aber das heisst, du hast dir die zwei Sekunden Zeit genommen, hast du dir das noch schnell überlegt? Perfekt. Ja, ja, genau. Es reicht dann, dass alle in Zufrieden sind. Ja. Umgekehrt bin ich überrascht, weil wir dann Inder haben, wie wir sie vor 15 Jahren gespielt haben. Das darfst du ja auch nicht mehr. Ja. Und zuerst haben wir noch einen Punkt machen, obwohl die Männer keinen Punkt haben, dass alle merken, was wir jetzt spielen. Damit es auch wirklich klar ist. Ja, ja. Und das machen wir jetzt aber nicht ohne Punkt. Und ich stau, wir hatten noch keine einzige Reklamation. Es gibt so einen Witz vom Schengillis, glaube ich, der es irgendwie davon hat. Ich glaube, die letzte Nation, wo es einfach absolut okay ist, sie nachzumachen, sind Italiener. Die interessiert es einfach nicht. Da kannst du immer noch... Ja, aber es regt auch nicht mehr auf, lustigerweise. Niemand sagt es. Wobei, ich finde es umgekehrt auch. Ich habe noch nie Leute, die sich selber, wenn sie es betroffen haben, gesagt haben, es geht gar nicht. Nein. Doch einmal einen Deutschen, weil wir auf den Deutschen recht rumhacken. Ja, gut. Und der hat dann ein langes Mail gemacht, dass das auch fremdenfeindlich ist, auch wenn sie Deutsche sind. Was ja auch stimmt. Absolut. Was aber trotzdem sehr lustig ist. Mega. Nein, ich mag sie, aber die haben ja nie blöden Klischee und blödenweise sind die meisten vorher irgendwie... Und was ja auch noch praktisch ist, in der Schweiz, megaviele können dann auch sagen, ah, irgendwie, ich weiss doch auch nicht, mein 17. Urgrossvater ist Deutsche. Ja, ja. Du weisst, irgendwie, du hast ja immer irgendeine Connection. Ja, ja, genau. Kein Problem. Ja, und dann geht alles. Mir kürzlich ein Kollege aus Berlin gesagt, ich habe die AfD gewählt und er hat gesagt, bist du das Wahnsinn? Und er hat gesagt, ich bin überhaupt nicht rechtsextrem, ich meine, ich habe dich als Schwulen, als Kollege. Dann habe ich ja gedacht, ach du Scheiße. Und dann ist es eben genau das. Ja, gutes Konto-Arkubanz. Ah, genau. Ja, ja, dann habe ich gedacht, okay, all halb Jahre schreibst du mir irgendwie auf Insta und wegen dem kannst du jetzt... Weil du... Ach, Scheiße. Sehr geil. Ja, gut, bravo. Vor allem, wenn das jetzt der Massstab ist, ich habe einen schwulen Kollegen. Ja, und du weisst, das ist schon mega krass. Ja, eben. Also, weisst du, für mich, ich muss echt weit mich raus lernen, dass es geht einigermassen. Wir schreiben nur, aber... Oh mein Gott. Gut. Das heisst, das erste Feelgut haben wir, glaube ich, durch. Ja, das ist... Mit Lachen. Ja. Guter Ritt gesehen. Ja. Sehst du, was schon nur aufgrund von Lachen rauskommt. Ja, ist schön. Was ist denn das Zweite? Das Zweite... Das Zweite und das Dritte muss ich beides nennen. Also. Weil es weit auseinander ist, weil das Zweite ist für mich echt Bewegung. Ich brauche das, um mich auszukalibrieren. Ja. Sport in verschiedenen Arten, könnt ihr bekommen. Und ich muss es einfach im gleichen Wort sagen, weil ich bin jetzt nicht so der Krasssportler, der sechs Mal in der Woche... Ja. Und umgekehrt ist es für mich auch noch, wie... Wie macht mich so glücklich? Ich muss es aber zusammen sagen. Wie wenn ich sage, Sport, denken alle, aber warum sieht es denn nicht anders aus, wenn ich so viel Sport mache und nichts anderes? Umgekehrt, wenn ich sage, wie macht mich glücklich, muss ich Sport auch noch sagen. Weil du hast alle gedacht, ja, aber also Entschuldigung. Aber das ist ja auch geil, weil das heisst, du machst ja das Einte fürs Andere und umgekehrt. Nein, es ist beides wichtig, aber ich merke, es ist beides... Ich habe beides schon exzessiv gemacht. Ja. Und es ist beides ungesund auf die Länge, exzessiv. Richtig. Und darum balanciert es sich aus. Genau. Absolut. Und es gibt so ein bisschen das Recht. Ja, ja. Ich habe gemerkt, wenn du nur das Einte würdest machen, wäre es ja wirklich mit der Zeit sehr langweilig. Also du hast ja auch das Gefühl von einem... In diesem Bereich Burnout. Ja. Entweder ein sportlicher Burnout oder irgendwie einfach so einen Alk-Überfluss, wo es da nichts mehr gibt. Weisst du, wo du so findest, pfff, wieso trinke ich jetzt wieder ein Glas wie... Ja, ja, ja. Das bringt ja... Nein, und kennst du das manchmal in der Ferien? Weisst du, in Südafrika, man ist drei Wochen dort. Ja. Und jeder Tag, ich trinke es nur am Wochenende. Und ich trinke jeden Tag, dann kommt der Moment, wo ich freue mich mega wieder auf die Schweiz, wenn ich vier Tage nicht trinke, weil ich mag eigentlich, ich mag gar nicht so recht, oder? Genau. Aber das Grösste, wenn ich irgendwie eine Woche lang Show kann und am Samstagabend oder Sonntagmorgen am Eis oder so dann nach Hause, Ja. Dann herholt, eine geile, aber weisst du, wirklich eine geile Flasche wie... Und dann am Anfang nicht die Fernsehung, sondern nur, weisst du, nur schmücken und mich freuen. Und nicht schauen nach was, sondern nachher probieren, hmm, was haben wir jetzt da? Geil. Und dann schreibe ich auf und denke, ah, schau jetzt, was haben wir, was haben wir, hmm, hmm, hmm. Und dann nachschauen, was ist es wirklich? Und wenn du dann ein paar Treffer hast, dann freue ich mich. Also, was, was, du schreibst auf und dann schaust, was es wirklich ist? Ja, also, weisst du, ich nehme irgendeine Flasche, wo ich meistens etwas Neues, was ich nicht kenne, am Samstagabend. Okay. Und dann denke ich, und jetzt tue ich für mich degustieren, in zwei verschiedenen Gläser, schon nur zu schauen, was macht das Glas aus dem gleichen Wein. Wow, okay. Und dann stelle ich aber das eine Glas weg und sage, wie es schmeckt es in einer halben Stunde. Ja. Und dann geht es am Anfang nur um Wein und ich habe verdammt Freude und nach 20 Minuten bin ich so müde und habe Freude und dann geht es nur noch ums Trinken. Ja. Und dann soll ich eigentlich nachschauen. Ja. Und dann, grossartig, aber auf das freue ich mich manchmal, wirklich. Aber was schaust du dann nachher? Ja, gehst du dann auf Vivino oder was? Ja, Vivino oder verschiedene Apps, die es ja gibt, wo man dann schauen kann, okay, was haben wir jetzt da und was ist der Unterschied zwischen den Jahrgängen. Und dann habe ich vielleicht sogar, Jörg, habe mir das so rausgemerkt. Und dann habe ich gedacht, okay, wir sind in Bordeaux, was ist, 2022 ist eine ganz schöne Jörg und Serienrunde, hätte ich das gemerkt. Und dann habe ich verdammt Freude, oder? Und dann habe ich, ja, eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass ich das nie alleine mache, weil das halt so ein bisschen komisch ist. Aber weil es am meisten nach dem Arbeiten ist, ist es halt bei euch oft so. Und vor allem bei allem, was in irgendeiner Art und Weise Genuss ist, habe ich gemerkt, dass allein nicht immer das Schlechteste ist. Es gibt ein komisches, also bei Alkohol gibt es zum Teil ein bisschen komisches, äh, weiss ich auch nicht, von aussen, so eine komische Wirkung, so, ah, pfff, kann es nicht, kann es nicht, kann es nicht, kann es nicht lassen, weißt du, in dem Stil. Aber ich finde, gewisse Sachen sind mega toll, wenn man sie teilt, und gewisse sind auch wirklich eben wie für einen selber. Ja, aber eben, weisst du, es ist ein grosser Unterschied, das muss ich da auch sagen, ich habe, es hat schon Zeit gegeben im Leben, wo ich, weil ich mega gestresst gewesen bin, nach Hause gekommen bin, habe ich ein Glas Wein trinken, oder es bin mir verschissen gegangen. Und ich dachte, jetzt haue ich mir zwei Flaschen hinter, dann ist es gut, dann habe ich so, das ist aber etwas anderes. Das ist nicht ideal. Also das ist, äh, scheisse, aber das andere, weisst du, ich freue mich, ich kann dann wirklich, und ich habe, weisst du, ich habe schon wie, äh, Afer trinken, dann komme ich, es ist peinlich, wie älter, sie wird, es ist ja schlimmer, dann komme ich Tränen rüber, weisst du, wie es so schön ist. Ja. Den Moment, weisst du, ich habe den Trainer an, ich habe gearbeitet, ich habe, die Woche ist durch. Aber dann ist ja auch 100% Genuss. Mega, mega, nein, dann habe ich hoeren Freude, ja, äh, das finde ich cool. Aber ist es geil, dass du das Spiel mit dir selber noch machst? Ja, doch, und dann, aber weisst du, es ist hoeren hoch, wenn es, wenn sechs Sachen stimmen, und wenn du zum Beispiel das richtige Ufer im Porto hast, oder du merkst, das kann jetzt, das kann jetzt, das kann jetzt kein Burgunder sein, das ist, das muss eine neue Welt sein, oder so. Oh, shit. Hey, nein, da habe ich eine hoeren Höhe. Du machst Sommelierspiel mit dir selber. Ja, genau, ja, nein, wirklich, mega oft. Ich denke schon, wenn ich die Sachen im Keller raufhole, und ich habe einen Weisschrank da oben, dann lege ich es einfach rein, und ich weiss, ich darf es nicht anschauen, und du nachher die Kühle, die Teile, die man drüber stopfen kann, im Weisschrank drüber stopfen, nimmst du sie raus, damit du nicht weisst, was in die Hand kommt. Ja, grossartig. Ja, ist der, duere, geil. Manchmal kann man es aber, also, aber es ist ja blöd für sich selber, zu scheissen, oder? Ja, ja, ja. Der Erfolg ist nicht der gleiche. Ah, sehr geil. Ja. Das ist ja dann auch, ich finde es lustig, es gibt ja so Berichte, wo sie dann irgendwie Leute blind lassen, degustieren, und dann ist irgendwie ein 5 Euro Wein, und ein 100 Euro Wein, und Zeugs und Sachen. Und irgendwie einen, den ich mal gesehen habe, eingebricht, ist wirklich so, der, der sich als der absolute Kenner rausgegeben hat, ist natürlich der, der am Schluss komplett der Narbe gesehen ist. Ja, ja. Klassiker. Glaube ich. Ja, das habe ich auch schon erlebt, da habe ich mich auch schon vergaloppiert, ich bin genug laut, dass ich dann, dass ich mich kann vergaloppieren, ich mache das echt viel, ich habe gerade ein jahrelanges Praktikum gemacht, mit einem Weingut, und bin jeden Monat drei Tage gearbeitet, im Herbst sechs Wochen. Ja. Währenddessen wir das neue Programm geschrieben haben, beim Schreiben haben wir mehr Zeit, und der Manu ist Papi gewesen, nebendran. Ja. Und da habe ich so viel gelernt, und dort haben sie wirklich auch mal, weisst du, so richtig edle Gesellschaft, und alles krasse Weekender, und ich habe gesagt, hey, Joni, ich arbeite jetzt seit einem Jahr, ich habe so viel gelernt, und so, und habe angefangen, und dann habe ich dann mit Überzeugtheit, und es haben sich alle aufgeregt, weil es ist eine Blinddegustation gewesen, und ich bin da am Kennertisch gehockt, nebendran, ist es noch für mich da gewesen, für den Pöbel, hey, und ich habe, ich habe mit der Blinddegustation, weisst du, so über, nein, merkt ihr auch, das ist jetzt, also, das kann nur, und alle Kenner haben sich so noch beeinflussen, dass unser ganzer Tisch voll abkotzt hat, den ganzen Abend, weil ich einfach im Scheisse rumgelehrt habe, und es sind dann alle, ich habe es nicht mit allen gut, aber alle anderen rundherum sind mega froh gewesen, dass ich so eine riesige Fresse hatte, und ich habe einfach einen schwachen Abend eingezogen, ich heisst auch nicht, irgendwie ein Kaugummi im Mund gerade. Hast du ein für das Team genommen? Genau. Ah, sehr geil. Was hast du da gemacht bei deinem Praktikum? Alles. Ich wollte einfach mal wissen, was passiert, was passiert, bis ich eine Flasche Wein aufmachen kann. Ja. Und also im Januar, da tut man nur alles aberschneiden, im Februar hat man nachher davon auslesen, und jeden Monat hat man etwas zu tun, und 15 Mal habe ich jede Rebe einzeln gelangen, bis man dann überhaupt nicht ernten konnte. Ja. Und nach dem Ende kommt die grosse Arbeit, zuerst am Pressen und so, und nachher die Kellerarbeit, und dann aber auch vom Fass in Flaschen, und dann Etikettieren, und da habe ich einfach alles gemacht. So, und 22 ist ein hammeres Jahr gegangen geworden, ich habe Glück gehabt. Ich habe so mega viel gelernt. Mega viel gelernt. Sehr geil. Das war geil. Ich würde ihn auch sehen, irgendwann mit eigenem Wie, oder? Ja, für das habe ich zu wenig Ahnung. Also, weisst du, ich mache wirklich sehr viel, und auch sehr viele Degustationen und so, aber… Ja gut, DJ Antoine weiss sehr viel, dass er eigene Wie hat. Ja, aber das ist jetzt anders. So sehe ich es jetzt nicht. Ich würde es nicht einfach kaufen. Ja. Oder wenn, dann würde ich gerne mitschaffen. Ja. Oder sagen, okay, aber für das habe ich zu wenig Ahnung. Weil wenn ich auch unten gewesen bin, wenn es darum geht, wenn muss welche Hefe dazu, bin ich dann eben dran gestanden. Oder wir hatten 80 Fässer, alles, gleicher Jahrgang, gleiche Trauben, Degustation durch, oder welche zwei Fässer sind die grössten und welche kann man jetzt assemblieren. Ja. Da bin ich voll draus und eben, dass wir mit Experten machen, das kann ich nicht. Ich habe mal gehört, dass die Kunst ist von einem guten Wie, weil ja kein Jahrgang gleich ist, ist, dass du ein Fenster definierst, wo sich das geschmacklich drin bewegt. Ja. Und dass du jedes Jahr einfach probierst, in das Fenster zu kommen. Ja, ja. Ich könnte jetzt sagen, und weisst du, das ist ja unreif, du kannst nicht sagen, jetzt ist es super. Ja, ja, ja. Sondern die sagen, und jetzt im Moment ist es überhaupt nicht schön. Und sie sagen, ich weiss jetzt schon, dass der in zwölf Jahren. Und ich denke, warte. Also ich würde jetzt nie. Aber wie viel ist dann, was denkst du, also einfach behaupten und wie viel ist effektiv Wissen? Nein, das sind jetzt die Besten, also die auf jeden Fall. Ja. Aber es ist auch so, ich weisst, du, ich glaube, dass ein Winzer viel mehr ausmacht bei der Qualität als jetzt Natur rundherum. Ja. Also und zwar am gleichen Ort. Ja. Also weisst du, ist mir klar, wenn du mega geilen Boden hast und geiles Klima, dann kannst du nicht noch immer anders etwas Geiles machen. Ja. Aber am gleichen Ort, also du siehst ja auch, wenn du in Piemont oder auch in der Hersthaft oder irgendwo bist, siehst du drei Weingüten nebeneinander, es ist alles gleich. Ja. Und wie sind die Ranges riesig, also hast du einen geilen Kältermeister, aber weisst du, die sind auch, ich merke, sie sind Tüftler. Ja. Oder die sagen, hey, und jetzt nehmen wir, wir haben drei verschiedene Fässer, das eine ist die zweite Stufe, weisst du, so ausbrannt, das ist ein bisschen mehr, das andere haben wir schon einmal gebraucht und wir tun überall das Gleiche drin und probieren jetzt alle Woche und ich habe das alles mitmachen dürfen, wo du merkst, wow, fuck, das ist so verschieden, es ist alles das Gleiche gewesen, das fasziniert mich unheimlich, vor allem eben, wenn du dann sagen kannst, warum und wie kann es rauskommen und so. Aber du könntest natürlich, hast du das Gefühl, wenn du das ein paar Jahre machen würdest, immer wieder die Prozesse mitmachen, dann könntest du vielleicht auch irgendwann sagen, der kommt besser als der. Vielleicht schon, aber ich glaube, also für das bin ich zu spät, ich glaube, was ist noch möglich wäre, ich mache die Handarbeit, das kann man lernen und dann gibst du den Wein ab und jemand macht nachher für dich die Kellerarbeit, aber die Kellerarbeit, weisst du, wenn ich auf dem Weingut, wo ich gewesen bin, das ist das Geile. Und der hat aber, der hat mit 14 angefangen, mit dem Vater und der hat mit 14 das erste Mal mitschmücken und dann kannst du nicht mit 50 sagen, jetzt fahne ich auch noch ein bisschen an. Aber das ist schon faszinierend. Ja, das finde ich auch mega. Und so eine grosse Welt und je mehr, dass ich Ahnung habe, desto mehr weiss ich überhaupt keine Ahnung. Ja, ja, ja. Und wenn du mit den Grossen zusammenkommst, hey, shit, ich bin extra auf New York gereist, um den Weltmeister-Sommelier zu treffen. Gott, Fettori. Wirklich? Ja, aber wenn du den siehst, wenn du siehst, wie der ein Wein, das ist abartig. Der kann schon ab dem Geschmack, was alles nicht möglich ist auf dieser Welt. Ja. Und ich dachte, ja, weißt du, ich sehe, dass es ein roter ist, oder? Ja, ein bisschen mehr, aber nein. Aber es fasziniert mich, oder? Es fasziniert mich, aber es ist natürlich immer eine Gratwanderung, weil es ist schlussendlich auch Alkohol. Und ich weiss, wenn die Begeisterung so gross ist, das ist klar, wenn ich in die Malediven gehe, dann weiß ich nicht, welches ist die schönste Insel, sondern auf welcher Insel gibt es die schönste Weichelde. Ja, das ist ein Teil der touristischen Auslegung. Ja, und wenn es dann regnet, kannst du da reinhocken und sagst, wir wollen heute, jetzt hat sie keine nasse Hand. Es gibt einen Sternmal- und Grissenmann-Sketch, den liebe ich immer noch, wo sie auch so wie degustieren und dann tun sie sich gegenseitig übertrumpfen mit ihrem Wissen, oder? Und dann ist es halt wirklich eben zuerst das und das und dann irgendwann ist es so, äh, 19, weiss doch auch nicht, 1984, also nein, nicht zufrieden, also doch, du Winzer. Und da hat es zwei Kinder, weiss, sie ist Glabel, Fahre ist 13, weisst du, sie schmecken alles raus. Ja, sehr geil, sehr lustig. Ich finde das immer noch ein grossartiges Geld. Ja, da sind sie. ORF. Ah, shit. Ich muss das schauen, kann ich nicht. Ja, ja. Geil. Da geht es lang jetzt, aber da musst du mal schauen, das ist sehr, sehr lustig. Sehr geil. Ah, krass, also der Weltmeister-Sommelier, oder? Ja, ja, genau, das ist ein Sohm, aber schon ein altos Sohm. Okay. Und er hat jetzt dort irgendwie eine von den krassesten Weinbaren. Und er arbeitet aber immer noch selber dort, weil er so eine Freude hat. Ja. Und das ist aber eben, es ist dann etwas anderes. Und er hat gefragt, was trinkst du, wenn du vierabend hast? Und er hat gesagt, ein Bier. Ja, das ist wie so. Ja, das ist geil. Die grossen Chefköche, die am liebsten in den McDonalds gehen. Ja, ja, natürlich. Aber das finde ich auch der, oder? Dann habe ich gesagt, hey, was findest du als Auftrag? Dann sagt er, mein Auftrag ist, ich will für den günstigsten Wein, der der geilste ist. Es ist nicht schwierig, für 9'000 Franken einen tollen Geiler beizufinden. Ja, ja, ja. Aber jetzt mit der gleichen Traube, vom gleichen Ort, einen für 19 Franken zu finden, wo du aber denkst, mag nicht ganz, aber das ist mega. Ja. Und das finde ich auch geil, wenn er das als Auftrag sieht, das finde ich super geil. Und ein paar geile Tipps bekommen. Das sehe ich schon nur bei Schumwein. Ich bin grosser Schumwein-Fan. Und natürlich kannst du immer irgendwie den Rosé, äh, den Rosé Ruinard oder was weiß ich, kaufen. Ja. Äh, aber du findest für ein Viertel vom Preis, findest du eine Flasche, die dann nicht aus der Champagne ist, sondern irgendein Engländer oder sogar ein Deutscher. Ich wollte sagen, die Engländer kommen jetzt gross. Brutal. Schumwein kommen sie jetzt brutal. Ja, mega. Weil eigentlich wird ja jetzt der Boden in England ist ja jetzt langsam der, der früher in Champagne ideal war. Absolut. Absolut. Dank, dank global Climate Change. Wie siehst du, man geht eben vor allem die grossen Autos, dass man englische Wein trinkt. Nein, äh, das stimmt. Irgendwann isländische. Ich bin fürcht. Mal schauen, wie lange. Nein, aber das habe ich, äh, englischen Schumwein finde ich auch toll. Ja. Ich muss dir mal Südafrikaner mitbringen. Boah, sehr geil. Sehr geil. MCC. Ja. Sehr, sehr geil. Bin ich auch Fan. Sorry, ich störe schnell, aber es ist ja mein Podcast, also störe ich, wenn ich will. Und zwar sind die letzten Termine von meinem Solo-Programm Zero Online. Geht jetzt gehen, auf meiner Webseite www.joel-vomutzenbecher.ch, kauft Tickets und kommt vorbei. Es wird bombastisch. Gut, damit das eben nicht komplett ausufert, bewegst du dich auch noch. Genau, und jetzt kommt das. Nein, aber ich merke einfach, ich brauche es. Ich weiss nicht, ob du es auch hast. Es bewegt mich manchmal auszukalibrieren. Ja. Und das kann ich fast nur beim Sport. Es gibt nichts anderes. Weisst du, dass der Körper und der Geist wieder übereinander ist. Ja. Wenn ich voll im Seich, also jetzt, heute ist es so ein typischer Tag. Ich habe eine Sitzung nach der anderen, ich hatte aber gestern Show, bin um halb zwei nach Hause gekommen. Heute am Abend auch wieder Show und heute etwa vier Termine. Ja. Hey, und dann geht es nicht. Ich muss dann, obwohl es wie noch mehr Stress ist, aber Sport dort hineinpacken, dass ich wieder irgendwie, merke ich so, jetzt schnaufe ich wieder im Rhythmus vom Herz und alles. Ja, ja, ja. Und dann macht mich das ähnlich glücklich, wie wenn ich am Samstagabend noch ein Glas Wein trinke. Ich habe das ja lange nicht geglaubt. Was heisst das? Das heisst, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin halt ein anderer Mensch. Weisst du, das ist der Klassiker. Ah, ja. Das ist bei mir nicht so. Genau, alle sind so, aber ich bin nicht so. Ich habe lange das Gefühl gehabt, es geht einfach mit dem, was ich sonst mache. Und das ist effektiv, weisst du, so Ernährung ist viel gesehen. Und dann kannst du das ein bisschen, richtig, dann schaue ich einfach, dass du nicht durch das mega übergewichtig wirst. Ja, ja. Aber das, wie du sagst, auskalibrieren, dass das sich wieder übereinander legt, habe ich lange nicht geglaubt, dass das bei mir funktionieren würde, aber es ist genau das. Ja, also ich glaube, es ist sofort. Wenn ich am Morgen renne, ist es auch für den anderen Tag. Ja, es ist es auch. Es ist wirklich einfach die... Es ist genau das, ich finde das eine schöne Technologie. Ja, aber ich glaube, es ist auch altersabhängig, dass wir immer wieder mehr, weisst du... Und ich weiss, es heisst nachher immer, es klingt halt so esoterisch. Ja. Und das will ich eigentlich nicht, aber es ist so. Weisst du, wenn ich merke, hey, okay, wenn ich am Abend zu viel gespielt habe und sobald du mit Menschen zuhörst, dann willst du auf die Menschen reingehen und so. Ja. Und du gehst ein wenig aus dir raus, um auf die Menschen reingehen mit denen. Das ist mega anstrengend. Das ist anstrengend, wenn du es den ganzen Tag hast. Absolut. Und ich merke es vor allem, wenn Leute mich Sachen fragen. Ja. Hey, magst du es eigentlich noch, hast du Lust auf, und ich weiss es nicht mehr, weil ich gar nicht bemerkt bin. Ja. Nach dem Sport, weisst du ganz klar, jetzt muss ich zuerst hinlegen oder jetzt muss ich unbedingt trinken. Es gibt dann so die Hauptbedürfnisse und du kannst nicht mehr denken. Und du fühlst stärker, ja. Ja, ich habe immer gesagt, ab 120 Puls kannst du nichts mehr anders denken. Ja. Und das ist noch geil, beim Joggen geht es noch. Ich hasse Joggen, mache ich nicht mehr, weil ich etwas mache, was ich hasse, nur weil das Endresultat geil ist. Ja. Ist es mir nicht wert. Was machst du denn so? Es kommt darauf an, was ich muss haben. Wenn ich nur muss auskalibrieren, dann mache ich das M-Move. Ja. Weil das ist einfach high intense und dann hast du innerhalb von 30 Sekunden den Puls so hoch. Eben, dann jagst den Puls richtig auf. Genau, und dann kannst du nichts mehr anders denken. Und im zweiten Teil ist es dann entspannen. Was immer wichtiger wird bei mir, merke ich, dass man nicht nur immer nur verkrampft. Und wenn ich merke, ich bin nur halb weg von mir, dann liebe ich spielerische Sachen. Also dann gehe ich gerne Tennis spielen. Ja. Weil du musst sagen, okay, während dem Tennis bist du dann auch voll bei dir und das ist ein geiler Mindfuck die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Du kennst, oder du... In dem Moment ist es immer das Gleiche. Und das finde ich aber im Tennis etwas Geiles, weil es ist für mich im ganzen Leben immer gleich. Also wenn ich sechs Mal vorhand schön gross spiele und dann denke ich für mich, geil, jetzt kann ich es. Dann geht sie rechts weg. Absolut. Und das ist, weißt du, wie im Leben. Immer, wenn ich in meinem Leben so fühle, jetzt ist es gut, jetzt habe ich es im Griff. Hast du mal Golf gespielt? Nein, es ist das Gleiche nehme ich an. Es ist sogar noch viel schlimmer. Ah, wirklich? Ja, weil der Ball liegt ja nur. Also weißt, du weißt, es ist dann wirklich... Nur noch du. Ja, nur du. Und dort ist es lustig, weil es ist gar nicht das High Intensity. Ja, ja. Du hast nicht Puls 180 beim Golf. Ja, ja, ja. Aber du bist viereinhalb, fünf Stunden, wenn du 18 Loch spielst, bist du auf einem Feld, auf verschiedenen Golfplätzen, also verschiedenen Golflöchern und die Kopf ist eigentlich nie noch jemand anders. Ja, das glaube ich. Das ist noch das Lustige. Ja, ja, ja. Es ist wirklich, du bist so irgendwie immerst in diesem Spiel. Ja. Und es ist die Kombination von entweder du laufst du runter oder vielleicht sogar Wägelein. Aber irgendwie, du bist nur mit dem beschäftigt. Ich glaube das sofort. Das ist krass. Und ich merke einfach, das tut mir sehr gut. In der heutigen Zeit, vielleicht haben wir das weniger gebraucht früher, aber für mich ist es eigentlich, es ist ein bisschen traurig, aber auch die einzige Stunde am Tag, wo mich das Nattelsorren nicht interessiert. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben im Tennisspiel ein Telefon abgenommen. Ja. Ich habe noch nie ein WhatsApp gelesen. Ja. Mach ich nicht. Und das ist so etwas Geiles. Und sonst, egal wie intensiv das ist, wenn du kurz Mittagessen und sagst, noch schnell draufschauen, schau schnell drauf. Aber dann bist du mit dem Kopf schon immer anders und das finde ich so geil im Sport. Oder du bist jetzt da, es geht nichts anderes. Und schlussendlich ist es ein Überlebenskampf. Also, weisst du, ich muss jetzt schauen, dass ich jetzt da durchkomme. Ja. Und dass mein Puls irgendwie desaufgeht beim Schwitzen und so. Und es ist ja anscheinend auch evolutionär bedingt, dass unser Hirn gar nicht parat ist auf alle die Zwischenstörungen vom Nattel. Ja, überhaupt. Weil eigentlich machst du ja in deinem Kopf immer eine Welt auf und du bewegst dich dann eigentlich in dieser Welt. Was haben wir dich gerade beschäftigt, oder? Und dort hast du ganz viele Verknüpfungen. Das heisst, ich weiss nachher nicht, wenn du eine Sitzung hast, dann ist alles, was irgendwie thematisch mit dieser Sitzung zusammenhängt. Das rief die Hirne. Wenn in dieser Zeit dann aber irgendwie heisst, was soll ich noch zu Nacht einkaufen? Ja, nein. Oh, warte jetzt, wegen dem Essen dort. Ja, ja. Irgendwie, man muss noch, weisst du auch nicht, das noch organisieren. Transport von etwas. Dann geht auf einmal eine komplett andere Welt auf in deinem Hirn. Das ist mega krass. Ja. Und körperliche Anstrengung tut das eigentlich komplett eliminieren. Das macht es einfach Reset. Genau. Einfach Null. Und das finde ich etwas verdammt wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Und dann eben der Nebeneffekt, dass man nachher noch merkt, wenn man es regelmässig macht, dass der Körper nachher, das ist noch etwas Geiles. Ja. Also ich habe es früher nur wegen dem gemacht, dann reicht es nicht. Dann musst du verdammt viel machen. Ja. Und das Resultat, warte ich Jahre und dann sieht es nicht einmal irgendjemand. Nein, du musst sie ja aufdrängen, nicht einfach irgendwelche Boratkleider anleisten. Nein, das ist mühsam. Ja. Und jetzt ist es aber mehr umgekehrt. Ich bin sehr froh, dass ich die Bewegung und Sport habe. Und im Nebeneffekt sehe ich noch, okay, das ist geil und es funktioniert sogar irgendwie auf der Bühne und so. Ja. Das finde ich noch geil. Ja, und das andere ist, ich habe vor einem Jahr das erste Mal in meinem Leben eine Urveda gemacht. Ich habe auf Sri Lanka gesagt, wir haben dann etwas Richtiges, oder? Hey, und ich musste am ersten Tag das Nattel abgeben. Das ist etwas, und du weisst, nur in einem Leben. Mhm. Hey, und dann haben die gesagt, du musst jeden Tag dreimal essen. Dann hast du gesagt, dreimal essen, okay, ich eisse es sonst am Morgen überhaupt nicht. Ja. Und eine Stunde lang allein an einem Tisch und du darfst kein Buch mitnehmen zum Lesen, dann ist das Nattel nicht. Ja, ja, ja. Du kommst mit niemandem zu sprechen, hey, fuck. Ja. Hey, weisst du, am ersten Tag denkst du noch, hey, so geil. Aha. Ich gucke einfach da und nichts. Hey, aber eine Stunde ist verdammt lang. Und dreimal am Tag eine Stunde. Ja. Hey, beim Nachthäste denkst du noch, fuck, wie bringe ich... Weisst du, du denkst wirklich, hoffentlich kommt der Sommervogel nochmal, dass ich eigentlich bis zum Lücken... Hey, super crazy. Ja. Hey, aber ab Tag drei und dann merkst du eben, okay, shit, der Mensch ist eigentlich so gemacht. Ja. Du bist immer am gleichen Ort, du hast die gleichen sechs Menschen. Ja. Mit denen hast du nicht einmal grosse Interaktionen. Und dann denkst du, oh, es windet. Ja, ja, ja. Schau, es wird dunkel. Ah, schau, der Stern dort. Hey, super krass. Hey, und ich bin echt ein anderer Mensch geworden. Das ist mega krass. Und ich habe nachher, sehr schade, ich habe es nach zehn Tagen bekommen, ich habe das Zeug nicht gelesen. Ich habe einfach alles gelöscht. Nein, das könnte ich heute nicht mehr. Wenn ich heute innerhalb von drei Stunden ein WhatsApp nicht lese, habe ich ein schlechtes Gewissen. Und ich mache eine Sprachnachrichtung und sage, hey, sorry, dass du mich so lange nicht gemoltert hast. Ich habe es drei Stunden nicht beantwortet. Nein, es ist super krass. Und dort habe ich nach zehn Tagen nicht einmal gelesen, einfach gelöscht. Und die Welt funktioniert trotzdem noch. Und ich habe von niemandem gehört, dass jemand denkt, hey, du blöde Schafsäckl. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Du wirst dich nicht gemolter. Hey, es war so geil. Ja, es hätte überhaupt nicht. Aber es ist jetzt anders gewesen. Das ist aber, ja, ich zähle es dazu. Aber so viel Gute, habe ich jetzt gedacht. Absolut, absolut. Ja, der Büssi ist ja mal in einem Schwiegenkloster gesehen. Schön für uns. Nein, und dort hat er irgendwie, was hat er irgendwie, am ersten Tag hat er gefunden, er geht jetzt. Ja. Und der andere hat gesagt, nein. Nicht gezwungen, aber einfach so. Ja, ja, probiere es. Ja, ja. Es wird ein bisschen sehr früh aufgegeben. Bleib nochmal ein bisschen und dann schaust du weiter. Und dann hat er dann auch irgendwie so nach zwei, drei Tagen gesagt, er hat so ein unglaubliches Glücksgefühl gekriegt. Wie noch nie. Weil eben irgendwie, ich weiss doch auch nicht, was genau passiert. Ja, ich auch nicht. Aber alle die Störungen werden halt eben langsam effektiv eliminiert und Körper und Geist gewöhnen sich auch an das, oder? Ja, und ich glaube, dass ursprünglich immer so gemacht wurde. Ja. Du sitzt in einer Höhle. Ja, ja, ja. Das heisst, wenn ich keinen Hunger habe, bleibe ich sitzen dort. Ja. Und wenn ich Hunger habe, dann gehe ich entweder Beere suchen oder tue irgendeinen Säbelzahntiger jagen. Du musst auch wirklich Hunger haben. Denn sonst wirst du keine Säbelzahntiger auf die Zone. Nicht freiglich, ja. Aber heute kannst du auch von irgendeiner Telefonnummer oder online, kannst du sagen, Uber Eats, was du auch immer willst. Absolut. Aber parallel schaust du Fernsehen und wenn du dann im Fernsehen schaust, bist du noch am TikTok durchscrollen. Ja. Es ist wirklich super krass. Das probiere ich mich echt zu achten. Auch, aber ich bin, es ist... Double Screening heisst das. Es muss Horror sein für den Kopf. Es bringt überhaupt nichts. Nein, hast du nachher gar nichts. Ja. Aber das wissen wir ja alle, weisst du, wenn du denkst, heute mache ich mal einen Cheat Dates und dann ziehst du etwas durch, bist du nachher leer. Leer, endlos leer, weil du nichts hast und siehst, dass alle anderen besser haben. Ja. Das ist so. Ähm, kommen wir zum vierten. Sind wir erst beim vierten? Ja. Oh, was habe ich noch gehabt? Hast du noch? Ja, schau. Die kriegen wir jetzt noch schnell durch. Ja, ich finde es eben noch eine gute Variante, die du machst. Du musst überhaupt nichts vorbereiten. Gut, habe ich eh noch nie. Habe ich eh noch nie. Ja, ja, du hast recht. Warte jetzt mal, ich habe mir das vorher im Auto überlegt. Was habe ich gehabt? Ja, jetzt haben wir Lachen gehabt. Aha. Ja. Das vierte. Das würde ich weit fassen. Ähm. Was ich aber mega wichtig finde, ist irgendein Liebesuch im besten Fall zu einem Menschen. Ja. Ich weiss nicht, wie heisst die Nekrophile oder wie heisst die, die auf Gegenstände stehen? Auf Gegenstände? Ja, googlen wir das mal. Äh. Nekrophile ist glaube ich Toti. Komisch, dass wir das jetzt gerade in den Sinn kommen. Wir suchen beides einmal. Nekrophile ist Toti. Toti? Warum weisst du das? Ja. Hast du schon Jokes über das gehört? Ja, wahrscheinlich kenne ich es auch so. Ein Kollege haben wir es gehört. Ja, aber Gegenstände gibt es auch. In einem Forum. Objektophilie. Wie heisst das? Objektophilie. 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 Ich spreche jetzt nicht von dem. Ja. Weil das ist jetzt ein Hater über etwas, das ich nicht kenne und ich kenne niemanden. Ja, ja, ja. Ähm. Aber das andere, das macht viel mehr über Menschen. Und ich, also der Manu würde sagen, ich war sehr lange Single gewesen. Mega lang. Und der Manu würde sagen, sobald ich das erste Mal richtig verliebt war, bin ich ein anderer Mensch geworden. Ja. Und es war einfach, weil du, weil du, ich glaube, Menschen für das gemacht hast, weil du das jemandem zeigen kannst und jemandem geben kannst. Ja. Und nicht einmal annehmen, sondern das geben. Ja. Und du machst es ja dann auch gern. Mega. Mega. Und dann, ich glaube, und das ist etwas, wo mir auch immer wieder sehr Kraft gibt. Ähm. Und ich merke jetzt einfach, jetzt wo alle Freunde und Freundinnen ein Kind haben. Ja. Ja. Ähm. Das ist natürlich auch mit Kindern. Das tut mir ein bisschen leid für Partnerin, für Partner. Aber ich glaube, für einen Menschen ist es wie das Gleiche, oder? Ja. Sie kann zum Teil für irgendjemanden aufgeben. Ähm. Im Moment kann das auch scheisse sein. Aber in die End ist es verdammt erfüllend. Ja. Und das, das merke ich oft. Wenn du irgendetwas denkst, okay. Ich bin jetzt tot müde vom Arbeiten. Aber weisst du, was ich jetzt mache? Jetzt gehe ich einfach nach dem Arbeiten. Jetzt fahre ich nach Zürich rein. Ich weiss, wo mein Mann ist. Und jetzt warte ich dort eine Stunde eineinhalb vor der Tür. Ich weiss nicht, wann er rauskommt. Und er dachte, ja fuck, jetzt muss ich noch Bahnhof laufen und nach Hause fahren. Ja. Und jetzt steht der Mann dort. Ich habe nichts verpasst, oder? Aber es ist etwas Geiles nachher. Ja. Ich bin irgendwie erfüllt und höcke dort und warte und freue mich schon auf die Reaktion. Im blöden Fall. Was machst du denn da? Ja genau. Was machst du denn? Fuck. Genau. Grind the day car. Nein. Das bedeutet mir verdammt viel. Aber eben mehr zu geben, annehmen, habe ich mehr Mühe. Das ist ja lustig. Das muss man dann auch immer wieder... Auch dort muss man kalibrieren und sagen. Sogar wenn ich es gebe, musst du es auch annehmen und umgekehrt. Verstehst du das Gefühl? Wenn du es gerne gibst, das mache ich auch gerne, darum musst du es auch annehmen. Ja genau, genau. Aber ich glaube, das ist etwas, wo ich finde, das fällt uns Schweizer sehr schwerer. Ja. Also... Es fängt ja schon an mit Hilfe im Umfeld. Ja. Wenn du jemandem Hilfe anbietest, ist es einfach der Standard, sie nicht anzunehmen. Ja, absolut. Immer. Ja, ja. Das heisst, du musst eigentlich die Leute schon fast zwingen, was aber auch nicht im Naturell ist. Absolut. Obwohl es wirklich dann nachher erwiesen ist, dass sie sagt, danke, vielmals hast du mir dort geholfen. Nein, das ist klar. Weil sonst hätte ich es nicht geschafft. Weisst du? Nein, aber das ist ja schön in der Schweiz. Du kannst ja immer sozial spielen. Es gibt keine Frage, doch, kein Thema, wo du nicht fragen kannst, hey, kann ich helfen? Ja. Weil du weisst, sie hat niemandem gesagt, eh nein. Und du bist mega garschend, sie auch sagt, hey, ich zügele. Oh krass, kann ich helfen? Nein, 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 weisst du hast ja viel umgezogen. Ja, ja, ja. Gott sei Dank hätte er nein gesagt, ich hätte überhaupt nicht gehen können. Aber das ist so Schweizerisch. Ja. Und ich merke, weisst du, zum Beispiel wenn du in Italien bist, ich war in Sizilien, dann habe ich eine alte Frau gesagt, hey, viel zu schwere Tüte. Ja. Und dann kannst du fragen, sie darf ich Ihnen das helfen tragen? Und dann sagen, ah, ja, schön. Mach keinen riesen. Ja. Hängt ein und läuft mit dir rein, du trägst sie zu Hause. Ja. Aber jetzt ist das für beide grossartig. In der Schweiz wird das niemand annehmen. Nein. Es geht schon. Ja. Genau. Und du denkst, nein. Mega schade. Aber ehrlich gesagt, ich habe das auch schlecht. Das ist es eben. Das hatte ich wirklich, als ich zu den Fuss gebrochen hatte. Und ich konnte wirklich nichts machen. Ja. Ich konnte einfach zu Hause sein. Es ist eine Schauspielkollegin, das Hedi Kaufmann. Eine grossartige Frau. Die ist einfach irgendwann vorbei gekommen. So wie meine Grossmutter. Jetzt hat sie gesagt, so, fertig jetzt. Ich komme jetzt bei dir und die Wäsche machen. Ah? Weil das geht doch nicht. Du kannst doch nicht irgendwie in den Keller und das alles schleppen. Und weisst du so, oder? Bis heute bin ich ihr zu tot tankbar. Ja, ja, ja. Aber sie musste jetzt aufdrängen. Aber sie musste wirklich auf entscheiden, dass sie kommt. Ja, das habe ich eben auch. Also weisst du, da habe ich dann auch gedacht, dort ist sie vielleicht. Was ist sie dort gewesen? 70. Ja, krass. Da denke ich, das wäre krass. Ich habe so vielen Menschen Nein gesagt und die haben gesagt, okay. Dass dann eine 70-Jährige sagt, ich komme jetzt einfach. Ja. Ja, das ist krass. Ja, aber ich bin überzeugt, sie wäre mega glücklich gewesen. Sie hat eine Aufgabe und sie macht das gerne. Und sie weiss, du brauchst es wirklich. Ja. Oder es ist keine Pseudohilfe. Nein. Sondern es ist eine echte. Ja. Nein, dort bin ich auch noch, dort bin ich am Mühe. Oder ich habe dann, ich komme fast wie in den Stress hinein. Oder wenn ich jetzt umgekehrt wüsste, dass mein Mann oder der Manager draussen wartet, dann kann ich nicht entspannt noch ein Glas Wein trinken, weil ich weiss, der wartet. Ja, ja, ja. Obwohl er sagt, ey, voll nice. Nimm dir alle Zeit der Welt. Absolut. Jetzt kann ich nicht mehr. Ja. Jetzt, ey, sorry, ich muss gehen. Und ich sage, ich muss gehen. Ich muss überhaupt nicht. Aber ich kann nachher nicht mehr feiern. Dort bin ich noch ein bisschen am Mühe. Ja. Okay, aber zurück zu der Liebe finden. Genau. Ja, oder eben. Ja, genau. Doch, ich empfehle das einfach, dass man irgend etwas, ich glaube, das kann man auch für einen Freund oder eine Freundin machen. Ja. Aber ich glaube einfach, das ist so, äh, das ist ein menschliches Bedürfnis, das man schon als Kleinkind hat und dann verlieren wir es irgendwie. Ja. Aber ich stelle immer wieder, weisst du, wenn ich auch sehe, wenn so, äh, 16-jährige Schulklasseausflüge machen, so, wie die alle aufeinander oben liegen in den Abteilen und, weisst du, sind alle mega close. Ja. Auch wenn die eine Lampen und alles. Ja. Aber, und das verlieren wir nachher irgendwie, weisst du, äh, die Nähe und... Ja. Und Liebe geben. Ja, genau. Und das, äh, das müssen wir vor allem eben in unserem hektischen Alltag und auch in unserem Alter, das wirklich manchmal ein bisschen komisch, aber mit dem müssen wir wieder aufhören. Ich merke es jetzt, der eine Freund von mir, der hat vier Jungs und die sind jetzt alle Teenager. Und, äh, die f***t einem immer an. Ja. Also, das ist normal. Ich habe das sehr gerne, wenn es dem Gegenüber ist. Ja. Äh, letztes Mal nicht. Ich bin gerade in einer anderen Nährungsumstellung und so und, äh, äh, haben sie gekocht. Und ich habe gesagt, ey, sorry, das kann ich nicht essen, weil das kann ich im Moment nicht. Äh, äh, nööööö. Ja. 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 Das ist das Einzige, was er wollte. Ja. Das Einzige, was er wollte, der sich zusammenschlägt. Das will, das ist gut. Aber er kann nicht sagen, ey, komm, weil am Anfang gesagt, ey, du musst nicht umarmen, gäh? Das ist ja klar, weil das kann er nicht mehr annehmen. Ja. Ja. Aber er will das mit dem Schläglisch, weil er das braucht und die Nähe braucht. Ja, logisch. Ja. Und dort, dort, äh, finden. Aber eben dort, das müssen wir wieder mehr finden. Und das ist auch wieder, also ich bin jetzt mega oft am Hater über die Schweizer, ich bin ja auch ein Schweizer. Aber das ist auch so etwas, was mir auffällt, das ist im Ausland auch anders. Oder, ey, schau mal, ey, und ich könnte heulen, wenn ich ein spanischer 18-jähriges Mädchen mit einem Grossvater einkaufen gehe. Ja. Und mega close. Ja. Und hält und küsst. Ja, ja. Und sag mal, siehst du schön aus, Mann. Ja. Hey, das sehe ich in der Schweiz sehr selten. Und, aber das braucht ja beide. Und das immer wieder, wie deine Nachbarin, das brauchen es ja beide. Und das haben wir auch nicht, ich weiss, das finde ich mega schade. Das ist so. Aber ich habe das Gefühl, man muss ja selber das erstens einsehen und zweitens dann auch etwas dagegen machen sozusagen. Oder dafür machen. Wie man es auch immer nimmt. Gegen das Negative und für das, was man gerne hat, oder? Ja, ist klar. Ja, aber es ist extrem schwierig, oder? Ja, ja. Wenn ich jetzt da, weil ich vor, ja, 133 Jahren mal Lehrer gewesen bin. Nein, habe ich immer noch Kollegen, die im Lehrerberuf tätig sind. Und, weisst du, die sagen, du darfst ja gar nichts mehr. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, nein, aber bitte. Mir reisst das Herz aus, und das ist ja auch ein Kopf. Ja. Du musst sagen, kannst du? Ja, genau. Kannst du immer das Pflasterli? Ja, nein. Ja, ja. So doof. Und, aber dort fängt es an, oder? Wo, wo, das, das läuft einfach völlig anders. Du sagst, komm, das ist bei uns normal. Wir, wir haben uns. Und ich muss mich immer wieder achten, wenn ich von Südafrika heimkomme. Ich lange immer alle an. Ja. Weil in Südafrika, wir sind, es ist alles so nahe. Ja. Und ich komme zurück in die Schweiz und gehe in Zürich essen. Es gibt keinen Kellner, wo ich nicht an Oberarmel fände. Hey, sorry, du hast mich geschwindet. Hey, so fein gewesen. Und langsam beide Hände gegangen. Oder wenn ich tanke mit beiden Hände. Und die Leute sind immer so, weisst du, Gott, das ist mit dir nicht gut. Hey, sorry, ich muss wieder daran denken. Wir langen uns nicht an. Du siehst, darum habe ich so einen dicken Tisch da hingestellt. Ja, ich habe es schon gehört. Du hast gewusst, das ist eine Katschung. Gib mir noch ein Glas weiter, damit du so verreckt. Ja. Aber finde ich sehr schön. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, darum machen wir noch den letzten Viertel? Ja, den 50. Nein, ich habe es schon vorher vergessen. Haben wir nicht noch etwas? Zwei? Nein, ich habe schon vorher darüber nachgedacht. Ich weiss nicht mehr. Ähm. Nein, die normalen, weisst du, die sind mir schon auch in den Sinn gekommen. Musik oder so. Aber es ist nicht. Ja, gut. Was ich vielleicht noch sagen kann, was für mich mega ist, ist, für andere etwas machen. Das ist zwar nah mit Liebe. Ja. Aber das merke ich, also, und da haben wir beide ein Privileg mit unserem Job. Ja. Und das ist etwas, wo, wir hören zwar irgendwann auf, das weiss ich jetzt schon, das werde ich vermissen. Ja. Ich werde nie mehr in meinem Leben mit so wenig Aufwand so viel bewegen können. Und das ist etwas sehr Schönes. Ja. Weisst du, wo ich merke, äh, ich mache ja nichts. Also nein. Ja, ja. Ich mache das, was ich eh mache. Ja. Und du kommst raus und du kennst das. Und das löst so viel aus bei den Menschen. Ja. Ja. Und, aber da habe ich wieder, da habe ich das Gefühl, auch da, das kann auch jeder Mensch. Weisst du, was ich meine? Und wenn du am richtigen Ort bist, müsste es so sein. Ja. Es ist natürlich mega schwierig, wenn du jetzt, ähm, äh, Kohlenschaufler auf einem Dampfer bist, weil du mit wenig Menschen zu tun hast. Ja. Aber, weisst du, ich, äh, es gibt, es gibt, im Goop City Entzug, gibt es eine Kassierin. Ja. Mir ist egal, wie lange die Schlange ist. Ja. Ja. Ich stehe dort an. Ja. Weil die mit so viel Freude und Leidenschaft. Ja. Piep macht. Ja. Ich weiss, das ist blöd. Nein. Ich meine, aber nicht das Piep. Ja. Aber einfach nur so wie, ah, hallo. Ja. Und Supercard. Ja. Und ich denke, wow, fuck. Du machst das jeden Tag, jeden Tag mit 150 Leuten. Und es ist für mich ein Wohltag. Unterschied. Und dann ist sie aber am richtigen Ort. Und dann hoffe ich, dass es ihr gleich geht. Und sagt, ja, ich mache einfach meinen Job. Aber alle strahlen mich an. Ja. Ja. Du willst es gehen und es nimmst. Und das finde ich auch noch so etwas. Und wo ich denke, da muss man auch ein bisschen auf der Suche sein. Wenn man das im eigenen Job nicht hat. Oder dann merkt man, du bist halt verdammt verspannt. Und es ist so ein Krampf, dass du das gar nicht locker machen kannst. Und ich glaube immer, wenn jemand am richtigen Ort ist oder genau das macht, wo er angedenkt ist. Ja. Dann ist es so. Und dann ist es für beide Seiten einfach nur ein Gewinn. Und man muss sagen, so geil. Und es gibt auch, ich habe mal gesehen, hast du vielleicht auch schon gesehen auf TikTok oder Insta oder so. Ein Müllmann, der singend und tanzend abfällt. Ja, das habe ich glaube ich auch schon gesehen. Ja. Eine Durchleutung. Hey. Ja. Ich meine, ich würde jeden Tag rausstehen im Wissen. Ich möchte ihm zuschauen, wie er das Leben feiert. Ja, logisch. Wenn er es pisst und macht es arschkalt und stinkt nach dem Abfall. Und er feiert sein Leben dermaßen. Ja. Das ist einfach nur ein Wohltat. Und das, das finde ich auch so, das ist so ein viel guter Moment. Das glaube ich. Vor allem, ich erlebe das ja in einem viel kleineren Rahmen als dir. Aber schon nur, das Paradebeispiel ist oft, wenn es eine Show ist, wo du im Vorfeld denkst, oh, pff, das ist jetzt einer von denen, wo ich, ah, wo ich weniger… Warum kann ich zu sagen, ja. Nein. Meistens genau diese Shows kommt nachher so eine Mail mit irgendeiner unglaublichen Geschichte. Ja. Und wie du jetzt mit dem eben wenigen, was du von dir aus machst, weil es ist eine von vier Shows in dieser Woche, oder? Ja, ja, ja. Gefühlt, in dieser Geschichte ein wahnsinnig wichtiger Teil irgendwie bist und irgendetwas Schönes gemacht hast. Mega, mega krass. Und genau das ist ja das, wo man sich dann selber auch ab und zu wieder in Erinnerung rufen, oder? Weil… Genau. Es gibt ja auch Tage, wo es einem anscheinend macht. Ja, und man ist ja schon so weit weg vom ursprünglichen, in meinem Fall Bub, weisst, wo man denkt, ah, ich will irgendwann auf einer Bühne stehen. Ja, ja, ja. Das ist ja so weit weg, weil du bist ja so fest in dem ganzen Business und Alltag. Genau. Ich sehe es genau diese Momente, oder? Ja, das stimmt. Und genauso im Alltag denke ich dann auch, was du gesagt hast, wie zum Beispiel die Frau im Korb. Ja. Auch in Zug gibt es bei der Tankstelle, äh, bei der Raststätte, äh, Maistop heisst es. Ja, ja. Das ist mein Lieblingsraststätte. Wieso? Weil oft irgendjemand mal entschieden hat, alle, die dort drin arbeiten, sind oft natt. Ja. Und das steckt sich dann so gegenseitig an. Ja, ja, ja. Weisst? Ja, ja, ja. Du merkst dann so, das ist einfach da so. Ja. Das ist eine grundsätzliche Kultur, die sich da angeeignet worden ist. Ja, ja, genau. Nämlich, wir sind aber nicht gespielt. Nein, nein, sie meinen es wirklich so. Ja, ja. Dann habe ich mal einen Kaffee geholt, das ist eine ältere Dame gewesen. Und dann sagt sie, was haben Sie da unter dem Deckel versteckt? Und ich habe das so geil gefühlt. Ja, ja, ja. Das hat mich den ganzen Tag gemacht. Ja, absolut. Was? Und ich so, ah, irgendwie, weisst du, eine Kaffee-Latte, oder? Dann sagt sie, ah, okay. Sie muss ja wissen, was sie tippen muss. Ja, ja, ja. Statt, dass sie oft sagt, was ist es vor allem? Ja. Was haben Sie unter dem Deckel versteckt? Ja, aber megaschön. Mit einer Freude. Mit einer richtigen Freude. Und ich so, fuck, ist das geil. Nein, das finde ich überall. Und dann vergisst man es. Manchmal ist es ja ein Krampf. Ja. Und dann vergisst man es. Und das andere kennen natürlich auch, was unbewusst nachher auslöst. Das finde ich noch schöner. Im Moment tust du einen Applaus, das ist mega schön. Ja. Weil ich habe gearbeitet, aber jetzt komme ich etwas zurück. Und das ist halt mein Wert. Ich mache etwas und dann kommt etwas zurück. Ja. Klassische Transaktion. Ja, absolut. Aber wenn nachher etwas später noch irgendetwas kommt und du merkst, hey shit, unser Vater ist gestorben und zuerst einmal mein Bub wiederkommt und zuerst einmal lacht und so. Ja. Hey, der sitzt zuhause, bin ich am Heulen und dachte, was shit. Ja logisch. Wie schön, wie schön sind die Geschichten. Ja. Und das ist aber auch ein Privileg. Das ist ein Privileg von unserem Job. Das weiss ich nicht, ob man eine andere Kasse auslösen kann. Aber wenigstens ein guter Moment fürs Gegenüber. Ja. Das kann man ja überall irgendwie. Und wahrscheinlich auch dort. Doch, wenn das zehn Jahre lang so ist. Ja. Und irgendeine Art von Beziehung aufgebaut worden ist. Ja. Sicher. Ja, ja, nein. Es kann sein, dass du sagst, hey, mir geht es nicht immer sehr schlecht. Ja. Ich gehe jetzt an die Kasse, weil ich weiss, nachher geht es mir besser. Genau. Was sehr krass ist. Ja. Ja. Und darum bist du auch sehr, sehr gerne ein Gast gewesen hier heute. Weil du hast uns etwas Gutes gemacht. Danke vielmals. Danke. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Danke dir. Das ist sehr gut. Dann wünsche ich allen alles Gute. Danke vielmals Christoph, danke vielmals Levin. Ich habe mir den Namen gemerkt. Ja. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Puh. Ich tätowieren. Ich bin jetzt eine Stunde zehn, bin ich jetzt einfach nervös gewesen. Einfach, dass ich nachher den Namen richtig sehe. Hey, weiterhin alles Gute. Danke gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass wir uns wieder mal gesehen haben. Ja, hat mich auch gefreut. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.